Inschallah bekommt ihr alle das, was ihr wollt, ohne dass es jemand anderem Schaden zufügt. Aber vergisst eine Sache nicht und das ist sehr wichtig. Alles, was ihr gerade um euch rum habt. Was ihr anhabt. Was ihr auf dem Konto habt. Das könnt ihr alles nicht mitnehmen ins Grab. Nichts davon. Absolut nichts. Wie ihr das aufnehmt, ist kein Problem. Wir machen alle Fehler und das ist kein Problem. Wir können uns auch gerne darüber aufeinander aufmerksam machen. Aber sehr wichtig ist, Chat, dass wir nicht mit den Fingern auf uns zeigen und sagen, Boah, guck mal den an. Wer macht das und das? Ja, Bruder, vielleicht machst du aber das und das. Warum ist seine schlechte Tat schlechter als deine schlechte Tat? Warum? Bist du besser als er? Hast du mehr Geld als er? Nein.